Hallo zur 18. Folge. Es geht hier um Tauschwerte, so nennt man das zumindest. Das ist kein besonders glücklicher Begriff eigentlich, denn ich möchte auch Könige betrachten und die kann man ja nicht abtauschen. Man könnte vielleicht auch stattdessen sagen, macht der Figuren oder sowas. Es ist ja in der Schachpartie so, dass man nicht immer gleiche Steine gegeneinander abtauscht, Läufer gegen Läufer, Turm gegen Turm. Es kann ja auch mal passieren, dass es zu asymmetrischen Materialverteilungen kommt, dass man zum Beispiel einen Läufer und einen Bauern hat und der Gegner hat dafür einen Turm. Da fragt man sich, ist das jetzt gut oder schlecht? Und da gibt es dann so bestimmte Richtwerte, anhand derer man das dann so ungefähr abschätzen kann. Wobei hier die Betonung auf ungefähr liegt, denn der Figurenwert oder der Wert der Steine, wenn man jetzt Bauern mit einbezieht, der kann stark variieren. Ich fange mal mit Bauern an. Die bekommen den Referenzwert 1. Das ist nicht zu verwechseln mit sogenannten Bauern-Einheiten. Dieser Begriff ist bekannt geworden durch das Computerschach. Computerdenken in Anführungsstrichen in Bauern-Einheiten. Das bedeutet, dass wenn der Computer meint, dass Weiß einen Bauernmeer hat, glatt, ohne dass irgendwas anderes irgendwie für oder gegen die Stellung sprechen würde, dann würde das in der Computersprache 1,00 bedeuten. Und wenn der Schwarze ein Bauernmeer hat und sonst alles gleich ist, dann ist es minus 1,00. Aber das bezieht sich nicht nur auf das Material, das kann sich auch auf positionelle Merkmale beziehen. Zum Beispiel, wenn der Weiße jetzt Entwicklungsvorsprung hat und sonst ist alles gleich, dann könnte es heißen 0,3. Dann sieht der Computer das so, als wenn der Entwicklungsvorsprung 0,3 ist. Das ist natürlich alles jetzt sehr zahlenlastig, aber keine Sorge. Das ist natürlich nur etwas, was Computer machen, dass sie eben rechnen. Computer sind ja Rechner letzten Endes. Aber Menschen rechnen natürlich nicht im Schach so, auch wenn es das Wort Rechner im Schach gibt, aber das bedeutet letzten Endes, dass man Varianten berechnet im Kopf und nicht, dass man da irgendwelche Zahlen addiert oder sowas. Also weg von der Bauerneinheit, zurück zu den Bauern, die den Wert 1 bekommen. Die sind in der Schachsprache ja genau genommen nicht einmal Figuren. Es gibt ja diesen laxen Satz, Bauern die opfert man. Aber, ich habe Philidor schon mal erwähnt, ein wichtiger Spieler des 18. Jahrhunderts. Nicht nur ein wichtiger Spieler, war auch der Schachdenker des 18. Jahrhunderts und von ihm gibt es den Satz, Bauern sind die Seele des Spiels. Das ist übrigens auch ein Satz mit politischer Bedeutung. Wenn man bedenkt, dass Philidor ein Künstlername ist und dass die Philidor-Familie für diese absolutistischen Ludwigs gearbeitet haben, dann ist der Satz fast schon lebensgefährlich. Und tatsächlich ist Philidor im Exil gestorben in England, aber das hat ja andere Gründe. Und was kann er damit meinen? Bauern sind die Seele des Spiels. Nun, es gibt eine ganze Menge Bauern am Anfang und die können auch nicht zurückziehen. Und daraus ergeben sich charakteristische Bauernformationen häufig, anhand derer sich Pläne ableiten. Und deswegen sind Bauern die Seele des Spiels. Auch hier bei Bauern, schon in der Grundstellung, gibt es Unterschiede. Man schätzt Zentrumsbauern höher ein als Bauern, die keine Zentrumsbauern sind, die man wiederum in der Regel höher einschätzt als solche, die direkt am Rand stehen. Randbauern, das ist in der Eröffnung so, aber auch hier muss man wieder vorsichtig sein. Ich habe ja in den vorherigen Clips mal was über Bauernendspiele gezeigt. Und da hat es sich dann eben auch gezeigt, dass es mal ganz gut sein kann, wenn man einen Bauern zur Ablenkung verwendet. Und das sind dann häufig Flügelbauern. Und je weiter weg, desto besser. Und in so einer Situation können dann eben auch Randbauern besonders stark werden. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein mit Verallgemeinerung. Zur Anschauung zeige ich einfach mal ein paar Eigenkompositionen. Das erste Beispiel ist so ein Mix aus Eigenkompositionen und lange Bekanntinnen sozusagen. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ein Springer kriegt eine 3. Aber hier ist es klar, der Bauer läuft nach oben. Hier kann nur einer auf Gewinn spielen, das ist der Weiße. Und wenn der Weiße jetzt dran ist, dann zieht er seinen Bauern vor. Wenn er nicht dran wäre, dann würde der Schweizer natürlich einfach den Bauern weghauen. Also muss der Weiße hier dran sein. Damit es irgendwie Sinn ergibt. Der Weiße läuft vor, stellt gewissermaßen eine Doppeldrohung auf. Er droht nämlich den Springer zu schlagen. Und zu einer Dame oder meinetwegen auch zu einem Tor umgewandelt zu werden. Oder einfach so vorzulaufen und dann zur Dame umgewandelt zu werden. Und dann ist das Endspiel gewonnen. Ganz einfach. Das ist ein elementares Endspiel. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich habe ja schon mal Dame und König gegen König gezeigt. Und wenn der Schwarze dann noch einen Springer hat, das hilft ihm auch nicht weiter. Wenn der Schwarze diese Doppeldrohung jetzt nicht vernünftig parieren kann, dann verliert er das ganz klar. Aber er hat hier noch eine kleine Parade. Kann hier hingehen. Und wenn der Bau jetzt durchläuft, das ist ja eigentlich die Idee, zur Dame kommt hier eine Springergabel. Der Springer greift König und Dame an. Der König muss ziehen. Und danach schlägt man die Dame. Und das gleicht dann aus. Dieses taktische Element Springergabel habe ich auch schon häufiger gezeigt. Und das ist auch sehr wichtig. Gerade am Anfang wird das sehr gern übersehen. Deswegen zeige ich auch mal gerne mal Beispiele mit Springergabeln. Aber nochmal zurück. Der Weiße hätte hier vielleicht nicht gleich umwandeln sollen, sondern den Schwarzen Springerzug verhindern. Und den eigenen Bauern mit dem König unterstützen sollen. Wenn er jetzt beispielsweise aber hier hinläuft, um seinen Bauern zu unterstützen, dann gibt der Schwarze trotzdem dieses Schach. Im einfachsten Fall. Ist nicht der einzige Zug, der ausgleicht. Aber ist am einfachsten. Der Weiße läuft ran. Und sowas ist dann immer Remis. Wenn der Schwarze das Umwandlungsfeld kontrolliert, kann er immer den Springer opfern. Wenn beispielsweise der Weiße König rechts reinläuft, dann reicht der Springer eben aus. In die andere Richtung, nach links. Gibt Schach. Und der Weiße kommt nicht weiter. Und hier kann man sich überlegen, naja, wie werden das, wenn ich jetzt das Ganze an den Rand schiebe. Dann kann der Springer ja nicht mehr ausweichen. Das möchte ich jetzt nicht zeigen. Ich will nicht zu viel zeigen. Aber das kann man sich dann vielleicht überlegen, dass das dann tatsächlich verloren ist für Schwarz. Und dann ist eben der Randbauer stärker als ein Bauer, der kein Randbauer ist in der Situation. Was aber auch daran liegt, dass der Springer dann ein Eckspringer wird, der besonders schwach ist. Nochmal zurück. Und der Weiße hat das auch hier so ein bisschen versiebt. Und das war die Stellung. Der Weiße baut es dir vor. Der Schwarze hat noch diese Parade. Aber der Weiße König könnte, das wäre jetzt der beste Zug, der einzige, der gewinnt, mit dem König hier hinlaufen. Und dann würde er den Springerzug verhindern und eben gewinnen. Das heißt, der Schwarze Springer ist so unglücklich postiert, dass er die Umwandlung jetzt nicht mehr verhindern kann. Ja, warum zeige ich das überhaupt? Das hat verschiedene Gründe. Einiges kann man ja schon sehen. Formal ist der Springer eine 3, der Bauer eine 1. Trotzdem ist der Bauer hier viel stärker als der Springer. Und bestenfalls kann Schwarzen unentschieden herausholen. Und ob er das tatsächlich schafft, das hängt eben dann von Details ab. Ich habe den Schwarzen König jetzt so schlecht hingestellt, dass er überhaupt nicht mitspielt. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ganz am Anfang, und den Schwarzen König hier hinstellen würde, dann würde er ja auch nicht das Umwandlungsfeld kontrollieren. Aber er würde den Königszug verhindern, nämlich diesen hier. Und dann wäre die ganze Sache schon unentschieden. Das unterstreicht so ein bisschen, vielleicht nicht nur ein bisschen, dass es eben dann sehr genau darauf ankommt, wie die Steine stehen und die relativen Werte eben eine sehr hohe Bedeutung haben. Wie gesagt, ich kann jetzt noch so ein bisschen die Steine hin und her schieben und dann ist es mal unentschieden, mal gewonnen. Ich will das jetzt nicht zu weit treiben und belasse es mal dabei. Also, Take-Home-Message hier ist, jeder Spielstein entscheidet dann. Es gibt absolute Werte der Figuren, aber eben auch relative Werte. Und die relativen Werte können wesentlich stärker variieren als die. Oder die absoluten Werte dann quasi überflügeln. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an so ein künstliches neuronales Netz, wo so ist, dass man häufig, wenn man eine Schraube verändert, das ganze Netz verändert. Und so ist es hier manchmal auch. Aber es ist nicht so, dass jede Änderung eine Veränderung der Stellungsbewertung dabei ruft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den König, der hier sowieso schon so unglücklich steht, noch unglücklicher hinstelle, dann ändert sich natürlich nichts. Es ändert sich nur, wenn ich ihn besser hinstelle. An dieser Stelle. Oder wenn ich den Springer hier hinstelle, hier steht er, ja, nicht so toll, aber wenn er hier steht, dann ist es schon sofort Remis. Aber ich möchte jetzt eben nicht über Endspiele sprechen. Es eignet sich nur hier ganz gut, mal um zu zeigen, wie sich die Werte ändern können. Ein ganz bekanntes Beispiel ist die Partie McDonnell de la Bourdonnais. Das ist wohl die bekannteste Partie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. De la Bourdonnais war der stärkste Spieler seiner Zeit und McDonnell war vielleicht der zweitstärkste Spieler. Die haben sehr viele Partien gegeneinander gespielt. Und das ist auch nur eine sehr berühmte Schlussstellung. Der Schwarze hier mit seinen drei Bauern und so wird die beeindruckendste Bauernlawine der gesamten Schachliteratur. Wie kann man nicht mehr stoppen? Um das zu erreichen, musste ja auch selbst die Dame opfern. Ich will jetzt nicht die Kombination zeigen, aber ist klar, dass weiß hier aufgab. Denn wie gesagt, die Bauern sind nicht zu stoppen. Schwarz droht nicht nur umzuwandeln, sondern auch einen Grundreinmarkt zu geben. Und an den Schwarzen König kommt man überhaupt nicht ran. Und der weiße Bauer hier, der ist vollkommen wirkungslos. Also so eine Bauernphalanx kann auch extrem mächtig sein, wenn sich die Bauern gegenseitig unterstützen, wenn sie nebeneinander stehen. Dann sind sie sehr schwer aufzuhalten. Übrigens nochmal kurz zu Philidor zurück. Philidor ist nun der Spieler der französischen Vorherrschaft im Schach. Und de la Bourdonnais, das war der letzte der Franzosen, als er dann starb, ging das Septa dann erstmal zu den Engländern und dann nach Deutschland. Das war 1840. Egal. Aber ich denke, selbst Philidor hat von einer solchen Phalanx nur geträumt, die de la Bourdonnais dann aufs Brett bekam. Aber das ist schon ein interessanter Zufall, wenn es überhaupt ein Zufall ist, dass es ein Franzose war, ein Nachfolger von Philidor, der eben diese Bauernphalanx bekam. Zu den Springern. Wie schon gesagt, Springer bekommen die drei. Ich will hier nur natürliche Zahlen angeben. Es macht keinen Sinn, hier mit Kommazahlen zu arbeiten. Das könnte interessant sein für Leute, die Schachsoftware entwickeln. Aber das sind auch die einzigen, die sich wirklich noch genauere Gedanken machen sollten. Denn, wie ich ja schon sagte, der relative Wert von Spielstein kann sich extrem ändern. Und dann macht es eigentlich keinen Sinn, jedenfalls nicht für einen Praktiker, da jetzt großartig mit Kommazahlen zu hantieren. Springer sind offensichtlich kurzschrittig. Und das bedeutet, dass sie eher auf einem Flügel aktiv sind. Und das ist natürlich ein Nachteil erst einmal. Verglichen beispielsweise mit Läufern. Die sind aber ideale Blockadefiguren, wie man sagt. Also wenn da jetzt ein weißer Freibauer ist, der durch andere Bauern eben nicht mehr gehalten werden kann. Und durch eine Figur aufgehalten werden muss. Die Figur, die man da vorstellt, ist die Blockadefigur. Und da sind Springer besonders geeignet. Der Springer wechselt die Felderfarbe. Und das ist ein Vorteil. Natürlich auch, dass er springen kann, was sonst keine Figur kann. Dieses Wechseln der Felderfarbe, das ist teilweise doch sehr bedeutsam. Wie man an einem Endspiel sehen kann, wenn die überlegene Seite einen Randbauern hat. Wenn man einen Läufer hat, dann gewinnt der Läufer nicht immer. Er gewinnt immer nur dann, wenn das Umwandlungsfeld von der Farbe des Läufers kontrolliert wird. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen schwarz-fährigen Läufer habe, dann wird er nicht gewinnen, wenn ich einen Randbauern auf der A-Linie habe und der gegenwaltische König das Feld kontrolliert. Man kriegt den König da nicht mehr raus. Man kann ihn patz setzen, aber dafür braucht man nicht mal einen Läufer. Aber wenn es ein Weißweiliger ist, dann geht das. Dann kann man ihn matz setzen oder ihn aus der Ecke vertreiben. Ein Springer dagegen gewinnt immer. Das ist so das klarste Beispiel. Das zeigt, dass der Springer in jeder Situation Läufern eher überlegen ist. Aber dafür hat er, wie gesagt, andere Nachteile. Und es ist auch so, dass es auch spielstärkebedingt so ist, dass Läufer vielleicht am Anfang nicht so stark sind wie Springer, weil Springer unübersichtlicher ziehen. Und das führt dann eben schnell mal zu einer übersehenden Springergabel, die verheerend sein kann. Und gerade eben im Anfängerschafter spielt das noch eine größere Rolle. Aber es kann auch manchmal Weltklasse-Spieler ereilen. Zum Beispiel war es mal so im sogenannten Kandidatenfinale. Das Kandidatenfinale ist das Ende einer Serie von Matchen. Und der Sieger des Kandidatenfinales hat das Recht, den Weltmeister herauszufordern. Das heißt, der Sieger des Kandidatenfinales ist automatisch Vize-Weltmeister mindestens. Und da spielte 1980 Robert Hübner gegen Viktor Kortschneu. Und Hübner führte am Anfang. Und dann allerdings passierte es. Es wurden mehrere Partien gespielt. Und in dieser Stellung war der Weiße dran. Der Weiße war Robert Hübner und er zog seinen König vor. Und nachdem dann der schwarze Viktor Kortschneu, zweifacher Vize-Weltmeister, den Springer nach E3 zog, gab dann Hübner auf, weil der Springer sowohl den König als auch den Turm angreift. In Wirklichkeit ist es noch einen ganz kleinen Tick mehr als eine reine Springergabe, denn der Weiße könnte ja noch den gegnerischen Turm angreifen. Nur wenn der schwarze Springer den weißen Turm schlägt, deckt er den schwarzen Turm. Der Weiße kommt gar nicht an den Turm heran und deswegen gab Hübner auf. Damit blickt dann Kortschneu erstmal nach außen gewandern. Ich glaube noch die nachfolgende Partie. Da passierte nicht mehr viel. Sehr ärgerlich. Ja, also der nächste Vorgriff ist, dass man Läufer und Springer eigentlich gleich bewertet. Die bekommen beide eine 3. Aber manchmal ist es eben so, dass der Springer viel stärker ist als der Läufer. Und manchmal ist der Läufer viel stärker als der Springer. Und auch das ist äußerst kompliziert. Es sind darüber teilweise sogar Bücher geschrieben worden. Und das kann ich natürlich in einem Clip jetzt alles nicht so im Detail erläutern. Aber ich will mal ein kleines Beispiel zeigen. Diese Stellung zum Beispiel sieht ja doch sehr ausgeglichen aus. Beide haben einen Zentrumsbauern. Und jeweils die gleiche Anzahl an Flügelbauern. Und auch das ist hochsymmetrisch alles. Der Weiße ist dran. Ne, der Schwarze ist ja dran. Aber es ändert eigentlich vielleicht nicht allzu viel. Diese Partie wurde gespielt zwischen Anthony Sadie und Robert Fischer. Der Name Robert Fischer oder auch Bobby Fischer ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Fischer ist so eine der schönsten Figuren überhaupt. Als er die Partie spielte, da war er Anfang 20, glaube ich. Also er war jedenfalls noch kein Weltmeister. Oder er ist mit Ende 20 Weltmeister. Aber diese Partie, die konnte er gewinnen mit Schwarz, weil er zeigen konnte, dass in dieser Stellung der Springer stärker ist als der Läufer. Das möchte ich aber jetzt auch im Detail nicht zeigen. Und es ist auch nicht ganz klar, ob Sadie die Partie wirklich hätte verlieren müssen. Es war nur sehr beeindruckend, dass Fischer dieses Turnier, es waren die amerikanischen Meisterschaften, mit 11 aus 11 gewann. Also er gewann alle 11 Partien. Das ist ja ungewöhnlich. Aber typisch Fischer eben. Wie gesagt, also diese Stellung, als ich die zum ersten Mal sah, konnte ich fast nicht glauben, dass man das hier mit Schwarz gewinnt. Es ist natürlich auch nicht ganz klar, ob Sadie da perfekt gespielt hat. Wahrscheinlich eher nicht, aber trotzdem ist es für fortgeschrittene Spieler ganz interessant, mal sowas zu studieren. Es gibt auch persönliche Präferenzen. Zum Beispiel sagte mal der Weltmeister von 2000 bis 2007, Wladimir Kramnick, dass sein Nachfolger, die Schwarz hat an anderen, sehr gut mit Springern umgehen kann. Und dass man vielleicht, wenn man die Gelegenheit hat, seine Springer abtauschen sollte. Das fand ich äußerst bemerkenswert, dass auf dem Niveau auch so gedacht wird. Man denkt eigentlich, dass die dann doch eher objektiver denken. Aber auch das spielt eine gewisse Rolle. Annen ist ein sehr guter Taktiker. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass Springer so als Freunde des Königs gelten. Sie sind ja kurzschrittig und müssen deswegen relativ nah an die Gegenaufstellung herangebracht werden, wenn sie zum Angriff verwendet werden sollen. Aber manchmal stehen sie auch weit weg am Rand sehr gut. Auch wenn es immer so schön heißt, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Aber manchmal eben, wie gesagt, ist der Rand oder die Ecke ein Sprungbrett. Oder der Springer hat dort eine besondere Funktion, meistens die dem König schluss zu gewähren. Und dann steht der Springer teilweise auch am Rand ganz gut. Nun zu den Läufern. Wie gesagt, die werden genauso bewertet. Aber sie ziehen ja völlig anders. Deswegen könnte man sich ja fragen, naja, sind die wirklich gleich stark, exakt gleich stark? Man kann das sehr schwer sagen. Man könnte natürlich irgendwelche statistischen Überlegungen anstellen. Aber das bringt einen auch nicht unbedingt weiter. Der große Vorteil besteht eben darin, dass ein Läufer beide Flügel praktisch gleichzeitig bestreichen kann und dadurch sowohl Angriffs- als auch Beteiligungsaufgaben wahrnehmen kann. Zur selben Zeit, in einigen Fällen. Die große Schwäche besteht aber darin, dass sie nur eine Felderfarbe kontrollieren, wie ich schon an diesem Randbauer-Beispiel angesprochen habe. Aber dieser Nachteil kann manchmal auch sehr unbedeutend sein, wenn zum Beispiel zwei Läufer noch vorhanden sind. Man nennt das auch das Läuferpaar. Und in dem Fall können, mal flapsig ausgedrückt, 3 plus 3 mehr sein als 6. Weil die beiden Läufer eben über Reichweite verfügen, aber gleichzeitig auch beide Felderfarben kontrollieren können. Das Thema Läuferpaar ist auch recht strategisch kompliziert. Das will ich jetzt auch nicht weiter im Detail besprechen. Ich habe das mal angesprochen, als es um den spanischen Abtausch ging. Bestimmte Öffnungsvariante ist zwar eben auch aus dieser Taras-Partie. Aber wie gesagt, im Detail führt das ein bisschen zu weit jetzt. Aber es ist eigentlich klar, dass Läufer nicht unbedingt immer Freunde von Bauernketten sind. Das sieht man in der französischen Verteidigung. Zum Beispiel, wie heißt es so. Jetzt einfach mal ein paar Anfangszüge hier. Königsbauer vor, das wurde hier schon häufiger mal gespielt. Man kann auch mit einem Feld vorgehen, um sich dann... Der Weiße geht normalerweise hier zwei vor, ganz klassisch. Und der Schwarze stemmt sich dagegen. Das ist die französische Verteidigung. Und wenn jetzt der Weiße vorzieht, muss man nicht machen, aber kann man hier gut spielen, dann ergeben sich eben zwei Ketten in der Mitte, die sich gegenseitig blockieren. Und besonders auffällig ist dieser Läufer hier, weil er da ziemlich angemauert ist. Das ist der französische Läufer, das Sorgenkind der schwarzen Stellung. Die beiden weißen Läufer, die können recht gut agieren. Man spricht da auch von guten und von schlechten Läufern. Das übrigens älter ist als irgendwelche Gruppen, die so ähnlich heißen. Aber formal gesehen ist auch dieser Läufer hier ein schlechter Läufer, weil, ich meine mal gelb, diese Bauern hier, ihn so ein bisschen in seiner Bewegungsfreiheit einschränken. Aber das kann man jetzt auch so ganz generell nicht immer unterstreichen. Denn häufig ist es so, dass der, also in der Realität so, dass der Weiße am Königsflügel auf dieser Seite hier angreift und der Läufer da sehr hilfreich sein kann, einerseits. Und manchmal aber auch gute Verteidigungsdienste leisten kann, wenn der Schwarze hier versucht zu kontern. Dann kann der Weiße hier rausgehen und das Feld überdecken. Also dieser Läufer, der ist gar nicht so schlecht. Das ist eher ein scheinbar schlechter Läufer. Aber wie gesagt, das ist dann schon eine relativ komplizierte Strategie. Und darauf möchte ich nicht zu sehr im Detail eingehen. Nur ist es eben so, Bauern sind die Seele des Spiels, wie ich schon sagte. Und die Bauern, die beeinflussen die restlichen Figuren enorm. Jetzt kann man zum Beispiel versuchen, mit Schwarz diesen schlechten Läufer abzutauschen. Wenn er jetzt hier diesen Zug spielt, das macht man nicht so häufig. Ich mache jetzt einfach mal hier so einen natürlichen Zug. Oh, jetzt geht er hier hin. Wenn er abgetauscht ist, dann sollte der Schwarz ja ein Problem weniger haben. Aber wenn jetzt Weiß tauscht, Schwarz schlägt zurück, dann hat der Schwarze andere Probleme dafür bekommen. Es ist einfach so jetzt, dass der Schwarze häufig am Darmflügel aktiv werden möchte. Und dazu häufig auch die Dame, nachdem er den Bauern hier vorgezogen hat, auf dieses Feld stellen möchte, um dann weiter zu drücken. Aber es geht ja nicht, weil hier ein Bauer steht. Diese Bauernformation ist ein bisschen passiv. Und der Springer steht auch ein bisschen deplatziert am Rand. Denn Kummer und Schand muss woanders hingezogen werden. Und auch die weißen Felder sind ein bisschen weich. Deswegen hat jetzt der Schwarze zwar seinen französischen Läufer verloren, was ganz gut für ihn ist, wenn er ihn abtauscht, aber nur durch andere Nachteile eingetauscht letzten Endes und damit sein Problem der Eröffnung noch nicht vollständig gelöst. Aber es gibt zumindest diese Idee, diesen französischen Läufer abzutauschen. Aber gut, jetzt will ich nicht zu tief in die Strategie einsteigen und dann mehr mich auf die Formalien konzentrieren. Wie gesagt, es gibt da persönliche Präferenzen. Es gibt Spieler, die die Springer bevorzugen, andere die Läufer. Ich würde sagen, die meisten Schachmeister präferieren die Läufer. Der gestrenge Siegbert Tarasch, der sprach sogar mal scherzhaft von einer kleinen Qualität. Qualität bedeutet normalerweise, dass man eine Qualität mehr besitzt hat, dass man einen Turm gegen einen Läufer hat oder einen Springer. Der Turm ist auch mal deutlich mehr wert. Aber er fand den Läufer wertvoller als den Springer und sagte dann, wenn man jetzt den Läufer gegen einen Springer hat, dann besitzt man die kleine Qualität. Das ist fast schon so ein Schachspielerwitz. Aber witzig ist es auch nicht, aber es zeigt, wie deutlich er den Läufer gegenüber dem Springer bevorzugt hat. Aber das ist eben, wie gesagt, ein bisschen subjektiv. Es gibt da ein anderes, sehr interessantes Beispiel von Bobby Fischer wieder mal. Es war auch ein Kandidatenturnier. Sinngemäß diese Stellung, nicht nur sinngemäß, diese Stellung kam aufs Brett. Das war der 39. Zug. Ist jetzt auch relativ egal. Es sieht wieder sehr symmetrisch aus. Beide haben drei Bauern jeweils auf ihren Flügeln. Und Läufer gegen Springer. Und hier ist es so, dass der Läufer stärker ist als der Springer. Und Fischer gewann auch die Partie. Ziemlich souverän. Und nicht nur die Partie. Er gewann das Match mit 6 zu 0. Also er gewann alle sechs Partien. Wir haben sechs Partien gegeneinander gespielt. Er gewann alle sechs. Das ist fast nicht zu glauben. Und noch weniger zu glauben ist, dass er danach gegen Ben Blasen, das war der beste Spieler der westlichen Welt, außer Fischer natürlich, gegen den gewann er auch nochmal 6 zu 0. Und da hat er eine Serie, er gewann 20 Partien in Folge. Das hat die Welt noch nie gesehen und wird sie wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Das gab es auch im 19. Jahrhundert nicht, als die Spielstärke unterführe zwischen den alten Meistern noch größer wären als heute. Wie gesagt, das ist unerreicht. Das ist eine Serie von 20 Partien in Folge. Das ist eben Fischer. Wie gesagt, das hat jetzt damit nichts zu tun mit den Wert der Figuren, aber das muss man hier mal erwähnen. Also hier ist der Läufer stärker als der Springer. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so offensichtlich für den Anfänger. Ich sage nur, hier sind sehr ungleich Läufer und Springer. Und manchmal ist der Springer wesentlich stärker, manchmal ist der Läufer wesentlich stärker. Und im Normalfall sind sie ungefähr gleich stark. Zu den Türmen. Die Türme bekommen die Fünf. Die Türme werden als schwieriges Geschütz bezeichnet. Bei Läufern und Springern spricht man auch von Leichtfiguren. Und die Türme, die Dame dann, das sind die Schwerfiguren. Die Türme wirken aus der Ferne am besten. Sie stellt man auf offene Linien. Offene Linie heißt, dass auf der Linie keine Bauern mehr vorhanden sind von beiden Seiten. Oder halboffene Linien. Das heißt, nur noch eine Seite hat Bauern. Türme mögen keine Bauernketten. Das kann man sich vorstellen. Ja, so viel will ich dazu jetzt nicht sagen. Also ein Turm ist etwa so viel wert wie ein Läufer und zwei Bauern. Die Dame, da könnte man ja meinen, die müsste die Acht bekommen. Denn sie ist ja eine Mischfigur aus Turm und Läufer. Fünf plus drei gleich acht. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Mit einem Turm und einem Läufer kann ich ein Feld zweimal angreifen oder verteidigen und mit einer Dame nur einmal. Das spricht eigentlich für Turm und Läufer, was die mehr wert sind als eine Dame. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Dame mehr wert ist. Denn es hat einfach einen wahnsinnigen Vorteil, wenn eine Figur beides kann und sie ist dadurch sehr wendig. Sie ist einerseits weitreichend, aber andererseits ist sie auch wendig. Und das ist eben ein bisschen ungewöhnlich für langschrittige Figuren wie Turm und Läufer. Aber sie ist schwächer als zwei Türme. Also eine Neun ist da realistisch. Zum König. Der König ist natürlich der Sonderfall, weil man Könige nicht abtauschen kann. Und die Armee muss sich praktisch danach richten, dass es ums Macht geht. Und dann könnte man denken, der König könnte ja theoretisch auch einen negativen Wert bekommen. Es ist gar nicht einfach jetzt die Kampfkraft, das klingt so martialisch, die Macht des Königs mit Zahlen anzugeben. Aber es herrscht im Grunde Einigkeit, dass in Endspielen, wenn viel abgetauscht wird und der König aktiv wird, wie ich ja auch schon gezeigt habe, er durchaus den Wert 3 bekommen kann, wie eine Leichtfigur oder sogar mehr. Das heißt also, der Wert des Königs kann im Endspiel eben auch ansteigen. Wie übrigens natürlich auch bei Bauern, wenn die anfangen zu laufen und dann irgendwann drohen, umgewandelt zu werden, ist klar, dass da auch der Wert steigt. Ein wirklich extremes Beispiel ist die Partie Short-Timman. Das sind zwei Top-Großmeister, so Nummer 3 der Weltrangliste vielleicht, oder 2 sogar mal. Short hat es mal geschafft, in einem Match Anatoly Karpov zu schlagen, den Ex-Weltmeister, und dann ein WM-Match gegen Garry Kasparov zu spielen, was er eigentlich verloren hat. Also Short ist Ex-Weltmeister und Timman, ja zumindest Nummer 3 war gewesen. Das ist ungefähr gleich stark. Das hier ist die Ausgangsposition. Der Weiße ist dran. Es ist offensichtlich, dass der Weiße die Linie beherrscht, die offene, wo die Türme stehen. Der Schwarze steht ein bisschen hinten drin. Aber der Schwarze hat auch eine Batterie, also Läufer und Dame auf der langen Diagonalen und berückt hier so ein bisschen, sodass der Springer nicht wegziehen kann ohne weiteres. Das heißt, er geht zurück und deckt den Bauern da, um das Match zu verhindern. Also es ist nicht so ganz offensichtlich, wie der Weiße jetzt Fortschritte erzielen soll. Eventuell droht auch mal der Läufer zurück zu gehen und den Turm rauszuschmeißen. Und der nächste Weiße zog, der sah eigentlich noch recht harmlos aus. Short ging nach H2. Und Timan verteidigte sich passiv. Es ist auch so, dass die Stellung nicht mehr zu retten ist. Man kann jetzt den nächsten Zug von ihm kritisieren, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Wie gesagt, die Stellung ist nicht zu halten. Timan zog hin und her mit dem Türm. Er sagte sich, der Weiße kommt hier nicht durch. Aber Short lief weiter nach vorne. Schwarz zog seinen Turm zurück. Der Weiße König lief noch weiter nach vorne. Jetzt war klar, was er wollte. Der Schwarze musste irgendwie reagieren. Er zog seinen Läufer zurück, um den Turm zu befragen. Aber Weiß lief einfach weiter mit dem König. Und hier gab dann auch Timan auf. Denn das Problem ist einfach das, wenn jetzt hier der Schwarze im Turm schlüge, dann könnte man hier weiter reinlaufen und hier matt setzen. Dagegen gibt es keine Parade mehr. Wenn man sagt, der Schwarze ist auf den schwarzen Feldern extrem schwach und der Weiße kann da einfach reinlaufen. Und das Reinlaufen lässt sich auch nicht sinnvoll verhindern mehr. Wenn er jetzt den Turm nicht geschlagen hätte und stattdessen mit dem König hier hingelaufen wäre, was ja immerhin verhindert, dass der König reinläuft und dann kann man hier einen Schach geben. Der Bauer ist gefesselt. Man kann die Dame nicht schlagen. So angedeutet. Das würde den König in Schach stellen. Also muss der König dann zurück. Und dann nimmt man den nächsten Bauern. Und dann wird das anders mattieren. Schach geht zurück. Da geht der König rein. Vertauschte Rollen. Und dann kommt im nächsten Zug wiederum das matt. Das ist ein wirklich extremes Beispiel für einen aktiven König. Es ist nicht so selten, dass man mit dem König in die Gnose Stellung laufen kann. Aber bei einem derart vollen Brett, zumindest wenn noch alle Schwerfiguren auf dem Brett sind, da geht das normalerweise nicht. Das ist schon ein ziemliches Unikum hier. Es ist auch so, dass es in der Literatur unterschiedliche Zahlenwerte gibt. Teilweise dann eben auch mit Komma-Zahlen. Aber es ist eben so, dass diese relativen Werte extrem schwanken können, wie ich ja schon mehrfach sagte. Und es deswegen eigentlich kaum Sinn macht, sich da ganz große Gedanken zu machen, ob jetzt die Dame statt einer 9 eine 8,8 bekommt oder eine 8,75 oder irgendwas. Wie gesagt, das kann anders sein für Leute, die Software entwickeln. Aber für den normalen Schachspieler ist das vollkommen irrelevant. Und da sind diese Zahlen optimal. Fast optimal. Es ist schon so, dass eine Dame weniger ist als drei Leichtfiguren. Beispielsweise aber 3 mal 30, ja 9. Man muss eben mit Zahlen vorsichtig sein. Das wusste schon Goethe. Hexen 1 mal 1. Situation Dr. Faust in der Hexenküche. Die Hexe baut das zusammen. Und sagte, du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 laske. Und 3 macht gleich, so bist du reich. Und jede 4 aus 5 und 6 versagt ein Hex. Mach 7 und 8, so ist es vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist klein. Das ist das 6 mal 1. Ja, Faust war ein bisschen verwirrt. Mich düngt die Alte, spricht im Fieber. Aber ich denke, es ist vielleicht ja doch klar geworden, was relative Werte sind. Und dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich da jetzt zu sehr reinzusteigern. Aber es ist schon ganz gut, mit diesen Zahlen, die ich da genannt habe, zu arbeiten. Und dann eben, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, sich tiefer gehende Gedanken zu machen. Vielen Dank.